Ich brauche mehr Materialien, dafür gibt es was zu essen. Klingt doch gut. Guter Deal. Alien Weißfischflosse 3. Und Eisenerz auch 3. Habe ich genug? Nö. Aber hier kann man ja sofort angeln. Also nachdem ich das Nee, ich muss da noch ein bisschen höher fliegen. Ein bisschen näher ran. Okay, das Eisenerz habe ich zumindest schon mal. Mal gucken, was wir uns angeln können. Oh, wir nehmen ja hier diese Flusskrebsköder. Schwanzprothese. Goldner Fisch. Goldner Alien Fisch. Goldner Alien Weißfisch. Schmuckstein. Das ist krass. Das gibt mir Cola, aber ich muss jetzt hier die normalen Flüsse wahrscheinlich fangen. Und zack. Nummer 1. Nummer 2. Mission abgeschlossen. Bam. Sehr gut. Alles fertig. Gibt's Brot und Mega Masse. Mega Masse war glaube ich übelst stark. Weil es mehr Erfahrungspunkte gibt. Oh, läppel ab. Hat sich gelohnt. Die sehen aber nicht aus wie Namekjörner. Broschüren. Das sind Touristen. Touristen in Schwierigkeiten. Ach du Scheiße. Touristen auf Namek. Im Krieg mit Freezer. Wo alle tot sind. Dass man den ganzen Felsen vernichtet. Wo ist dieser Stein? War da hier ein solches Felsen drin vielleicht? Ich glaube ja. Hier nicht. Da ist er. Sehr gut. Musst du also doch Steine zerkloppen. Oh ne. Jetzt hat das passiert. Wenn man im Kriegsgebiet als Tourist liefst. Zum Glück habe ich Grelin dabei. Ja haha. Sofort auf die Fresse. Hab wer? Hab wer sofort gebrochen? Ausgelöscht. Der ist weg. Hey mach hier nicht gerade zu nah. Siegt. Fertig. Ja gut. Wenigstens gab es gute Belohnungen. So müssen wir denn hin. An den Arsch der Welt. Okay. Wie gesagt. Zum Glück habe ich Kredien dabei. Das macht schon viel aus. Kann ich was Neues lernen? Nö. Oh hallo. Überall diese Säcke. Komm schon, Felina. Die machen wir fertig. Hat Felina den besiegt? Ja. Erstaunlich. Jetzt sind diese Kinyu Frösche. Oh hallo schon wieder. Oh hallo. Oh hallo. Das ist doch immer drei Seiten müssen. Kann nicht mal einer allein kommen wenigstens. Ausgelöscht. Ich habe gar keine Chance gegen Kredien. Und mich. Das ist Raumschiff. Das mache ich noch weg. Wenn ich die guten Gegenstände Krieger und meine Community Marken aufwerfen kann. Nö. Diesmal gab es nur Fressen. Aber halt so wild. Auf zum Oberältesten. Okay. Kredien halten ein bisschen auf. Fressen und Gorn sich verstärkt. Verstärke mich. Oberältesten. Wow. Mega viele Erfahrungspunkte. Da kommt das Kinyu Sonderkommando. Ach du Scheiße. Dies sind echte Plagen. Scheiß Fiesor. Ginyu Force. Ja, Kuldow war kacke. Aber die anderen sind... Ja, dieser Chess oder Cheese, der hat auch immer nicht viel gemacht. Aber die anderen drei waren übelst du da. Ab geht's. Das war's erstmal für heute mit Kakarot. Beim nächsten Mal kämpfen wir gegen das Ginyu Kommando. Schaut doch unbedingt beim letzten Teil vorbei, damit ihr nichts verpasst. Lass ein Like und ein Abonnent. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.